Traust du dich manchmal nicht zu lachen? Dann schaue dir dieses Video an. Viele Leute trauen sich über Jahre hinweg nicht zum Zahnarzt zu gehen. Sie genieren sich einfach. Aber sie genieren sich auch im Alltag. Sie trauen sich nicht mehr zu lachen und zu reden. Wenn du glaubst, man kann nichts mehr an deinen Zellen machen, dann muss ich dich enttäuschen. Man kann immer etwas machen. Fasst den Mut, rufen Sie an. Zusammen finden wir eine Lösung.